So, die waren sechs Tage, die waren sechs Tage, sieben Tage, das heißt von denen kommen auch einmal und die hier brauchen jeweils vier Tage. Lieder Samen sehen aus wie plumper den Samen. Das sind diese blauen Blumen. Ach, diese langen Dinger, ne? Ja, diese langen Dinger. Langen blauen Stängel. Genau. Die nehmen aber viel Arbeit ab. Die nehmen haufenweise Arbeit ab. Die können wir vielleicht auch irgendwann mal schöner aufteilen, dass wir die Vogelscheuchen besser hinstellen können. Können wir ja ab Sommer machen. Genau. Dann ist ja eh alles tot oder geerntet? Ja, höchstwahrscheinlich geerntet. Ich versuche alles richtig zu berechnen. Hier unten ist noch was frei. Echt? Oder Vogelscheuche? Ne, das ist wirklich frei. Ja, ich könnte gerade noch dünnen, deswegen wusste ich das. So. Und dann habe ich auch mal Zeit zu angeln. Genau. Wenn ich nicht Dornen gießen muss. Oder schlafen. Ja. Wie gesagt, wie du auch schon gesagt hast, im Sommer können wir das neu aufteilen. Können wir ja schon anfangen, wenn, äh, keine Ahnung, ein, zwei Tage bevor der Frühling fertig ist. Was für happy Kühe. Aber glückliche Kühe. Ein neues Entenküken ist geschlüpft. Wasoze. Da steht echt Wasoze. Ist es so, wie sollst du nicht schlüpfen? Ne, ne, ich habe es schon hingelegt zum schlüpfen. Eigentlich egal, wie man es nennt, weil ich will einen E verkaufen. Die sollen mir Geld einbringen. 4 bringt zur 676. Neugeborene bringt zur 378. Aha. Die bringt zur 900. So. Das letzte bisschen noch gießen. Dann versuche ich mal wieder in den Stamm zu gehen. Ich will versehentlich wieder ein Ei, nein. War jetzt wirklich aus Versehen. So, jetzt müssen wir noch zwei Eier einsammeln. Dann ist es fertig. Ich wollte noch mal in den Tieren gucken. Genau. Ich weiß gar nicht, ob sie mittwochs da ist. Tuch es mal. Ja gut, sie ist da. Tiere kaufen. Ziege kann ich jetzt kaufen. 4. Ich verkaufe noch mal ein paar von meinen Fischen. Lozi. Sollen wir es dabei lassen? Ja. Sehr schön. Ich sende die kleine Lozi sofort zu ihrem neuen Zuhause. Ab geht die Lozi. Will ich es nochmal versuchen. Ich will ein verdammtes weißes Huhn. Wapo. 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 Ich Wapo. Du Wapo. RCS Wapo. Ihr Wapo. Will man nur in Auftrag? Wie? Mal gucken, wie die Ziegen. Die Ziegen müssen ja auch schon niedlich sein. Oder wieder Forellenbarsch. Fledermäuse musste einfach nur in die Miene. 50 ist auch nicht mehr. Haben wir die Ziegen überhaupt verändert? Nö, nö, nö. Nichts, ich wüsste. Auch nicht. Sieht jetzt nicht so schlimm aus. Fünftartollier 50 Fledermäuse. Oh, ich habe eine Sequenz. Wieder ein braunes Hühnerküken. Euer Ernst, oder? Ich habe meine erste Angel bekommen. Oh, wow. Die Bambusstange. Fantastisch. Deine erste Angel. Jetzt kannst du richtig loslegen. Ich bin so stolz auf dich. Ich will die Sequenz mal überspringen. Hey, ich habe dieses Ding irgendwo in einem Schrank gefunden. dachte, du könntest was damit anfangen. Pam. Energytonicum. Fiebertlers Angel ist schon die beste Angel, die ich kaufen kann. Ja, die habe ich schon gekauft gehabt. Weiß gar nicht, ob ich Bescheid bekommen habe, ob ich die nächst bessere Angel kriege. Können Tiere uns ein Aquarium ins Haus stellen. Nein. Ich gehe jetzt nicht an, ich gehe jetzt in die Mine. Mhm. Soll ich mitkommen? Ja, komm, ich komme mit. Gerade noch unten am Strand, ne? Mhm. Hab ich angesehen. Ja, ich habe eine eingesammelt. Gehen wir noch ein paar. Oh, warte. Komisch. Ja, stimmt. In einer Notiz stand doch, er hat etwas hinter ein, hinter das Gemeindezentrum getan. War aber nichts. Nein, es ist da nichts. Gott, wir haben schon 19 Uhr. Nein, Fledermäuse. Ich glaube, auf der Höhe bin ich gut. Kommt ins Licht. Ich bin auf einer sehr dunklen Ebene. Hm. Das wäre eigentlich die Rolle 1. Okay. Okay. Mhm. 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 Sind schon Bledermäuse angetroffen? Noch nicht eine einzige. Okay. Du? Nö. Da finde ich Kohletürchen. Und Eisen. Ich hab schon ein paar Kram getötet. Ja, ha. Ich bin den Gang auf die nächste Ebene nicht. Jetzt kenn ich. Da ist er. Hier sind keine Fliegelmäuse. Machen wir mal eine Crashbombe. Ich finde jetzt gerade auch der Weg nicht. Meine Herren. Jetzt ist die Hälfte meiner Energie geraubt. Da machen wir eine Crashbombe nochmal. Oh, ich höre eine Fledermaus. Erste Fledermaus. Oh nein, zwei. Du hast schon eine. Und wir haben null Uhr. Fantastisch. Oh. Oh. Fantastisch. Ja, schon wieder echt schnell spät geworden. Ich gehe ins Bett. 21. Ja. Hab's mitbekommen. Okay. Und. Jo. Haut sich hin. Hofarbeitsschufe 8. Sammelschufe 2. Juhu. Ich will noch was trinken. Ah, ich muss erst dich, ich lade erst dich ein und dann trinke ich kurz was und. Genau. Ja, roter Streift wahrscheinlich, weil ich jetzt was anderes ausgewählt hatte. So, einladen. So, jetzt trinke ich kurz was. So. Okay. Blue ist da. Lulululu. Lulululu. Dass du das schon spawnst. Ein Blumen. Wir haben. Ja. Wir haben ein paar Sachen. Wir sind gerade eh eher so am Extrem farmen. Ich mach doch kein Extrem farmen. Nee, überhaupt nicht. Wir haben, wir haben nur so gut wie alles hier oben im Feld umgearbeitet. Inventarbar, natürlich. Äh, musst du, musst du dich rechts noch was sammeln, oder? Nee. Ja, genau. Oh, hier vor Fleisch. Holzzeug weg. Oder kommen. Jetzt hab ich das Eisen vergessen. Da, 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 da. Ich muss kurz leer machen, hey. So, wir haben Tag 18. Dann können wir nochmal, das können wir nochmal, das können wir nochmal. So, müssen wir noch. So, alles voll hauen. Ich hab, ich kann sie nochmal, ne, ah ne, ne, noch gar nicht. Genove hier mal leer. Schoffeln haben wir erstmal leer, aber... Ja, da unten, hoch. Hat grad geleckt. So, alles voll. Von den Blumen könnte ich, äh, noch ein paar... ...malen Slats gut machen. Du weißt, ich, ich bin hier Farmer, ich, ich mach nur. Alles, was keinen Stern hat, wird verarbeitet. Was brauchen wir eigentlich für die... Nein, du sollst es wieder eigentlich essen. Spreng klar, Eisengold, Quarz. So, die Aufgabe haben wir jetzt auch fertig mit den Eiern. Perfekt. 3000. Huch. Das schickte ich auch. Was war das denn? Ich glaub, wenn das so weitergeht, hat mein Controller bald einen Schlag weg. So. Können wir noch nicht, oder? Na. Ne, ist noch zu jung. Ich hab' die Kühe. Ihr seid happy Kühe. Ich will endlich ein Wun, was weiße Eier lebt. Jedes Mal, wenn ich Hühner kaufe, lebt keins von den weißen Eiern. Ich bin soweit fertig. Ich würd mal in die Mine gehen, also zum Steinbruch. Mhm. Dass wir nochmal ein paar von den Sprinkler machen können. Genau. Ich nehm mich, ach Gott. Frühlingszielen kann man gar nicht zu Saatgut machen, oder? Ne. War nicht. Au. Ich hab' letztens ein YouTube-Video gesehen von einem Dance Saatgut. So, diese Klangsteine. Ach, geil. Das ist halt mega. Wenn man mit diesen Musiksteinen oder Klangsteinen da rum experimentiert. Schon mega. Ich hör' dich tippen. Hm, ja, ich muss das mit dem Mikrofon irgendwie einstellen, dass das nicht so sensibel ist. Ja, wenn... Wenn ich im Discord oder so bin, hört man das bei mir auch voll brutal. Nur in UBS hab' ich's einstellt. Also bisher gut genug eingestellt. Zehn Tage haben wir noch zum Anpflanzen. Oh, jetzt kommt der Scheiß schon wieder hier. Naja, eher zum Ernten. Totenköpfe? Ja. Ja, das glaub' ich, dass das gut war. Es sind zwei jetzt. Noch immer voll viele. Auf der ersten Ebene ist voll assi. Ich kämpf' grad gegen zwei Schleimbe, komm' da zwei Totenköpfe, geh' wieder raus. Ohhhh. Ich weiß nicht, wie man das schaffen soll. Verständlich. Vollkommen verständlich. Geht mir auch oft so. Okay. Okay. Vielen Dank.